Die Stille Alaskas wird von einer unsichtbaren Bedrohung durchbrochen. Arnold, ein tauber Fischer, steht dem Tod gegenüber, als er das gefürchtetste Tier des Waldes trifft. Eine einzige Bewegung könnte seine letzte sein. Als alles verloren scheint, passiert das Unerwartete. Die Sonne war kaum am Horizont aufgegangen, als Arnold, ein Mann mittleren Alters mit scharfen Augen und schwieligen Händen, sein kleines Boot über die kristallklaren Gewässer des abgelegenen Sees im Herzen Alaskas gleiten ließ. Die Stille, die ihn umgab, war nicht nur die der Umgebung, sondern auch sein ständiger Begleiter seit der Jugend, als er sein Gehör verlor. John atmete tief ein und spürte, wie die frische Morgenluft seine Lungen füllte. Seine Augen schweiften über die atemberaubende Landschaft um ihn herum, die majestätischen Berge, die sich auf der spiegelnden Oberfläche des Sees widerspiegelten, die imposanten Bäume, die sich an den Ufern erhoben. Ein friedliches Lächeln bildete sich auf seinen Lippen, als er dachte, hier finde ich meinen Frieden. Mit präzisen und geübten Bewegungen warf John seine Angel aus. Das Angeln war mehr als nur ein Hobby. Es war seine Verbindung zur Welt, seine Art, sich als Teil von etwas Größerem zu fühlen. Konzentriert beobachtete er die Angelschnur und wartete auf den richtigen Moment, um sie einzuholen. Die Minuten vergingen und wurden zu Stunden. John war so in seine Tätigkeit vertieft, dass er den Schatten nicht bemerkte, der sich leise am Ufer des Sees näherte. Ein riesiger Grizzly, angezogen vom Geruch der Fische, die John bereits gefangen hatte, schlich sich heran. Erst als eine sanfte Brise wehte und den starken, moschusartigen Geruch des Raubtiers mit sich brachte, lief John ein Schauer über den Rücken. Langsam drehte er sich um, seine Augen weiteten sich vor Schreck, als er die imposante Gestalt des Bären weniger als zehn Meter entfernt sah. Die Zeit schien stillzustehen. John konnte sein Herz gegen seine Brust hämmern spüren, Adrenalin strömte durch seine Adern. Sein Verstand schrie vor Panik, aber Jahre der Erfahrung in der Natur ließen ihn instinktiv handeln. Mit berechneten und langsamen Bewegungen stand John auf, ohne den Bären aus den Augen zu lassen. Seine Hände zitterten leicht, als er nach einem dicken Ast auf dem Boden des Bootes griff. »Bleib ruhig, John«, dachte er und versuchte, seinen keuchenden Atem zu kontrollieren. »Du kannst das schaffen.« Den Ast über seinen Kopf hebend, versuchte John größer und bedrohlicher zu wirken. Der Bär, zunächst überrascht, ließ ein tiefes Knurren hören und machte einen Schritt nach vorne. John spürte den Schweiß über seine Stirnrinnen, sein Körper war gespannt wie eine Geigenseite, die kurz vor dem Reißen stand. In diesem Moment extremer Anspannung, als John glaubte, dass sein Ende nah sei, geschah das Unerwartete. Eine Schar Gänse, erschrocken durch die Anwesenheit des Bären, flog plötzlich auf. Das plötzliche Geräusch und die heftige Bewegung fesselten die Aufmerksamkeit des Tieres. John erkannte die Gelegenheit und begann langsam zurückzuweichen, ohne den Bären aus den Augen zu lassen. Jeder Schritt rückwärts schien eine Ewigkeit zu dauern. Der Bär, immer noch von den Gänsen abgelenkt, begann sich in Richtung Wald zu entfernen. Schließlich, als er eine sichere Entfernung erreicht hatte, atmete John tief durch. Seine Beine zitterten, und er lehnte sich gegen einen nahegelegenen Baum, spürte eine Welle der Erleichterung, die so intensiv war, dass sie ihn fast zum Zusammenbruch brachte. Während er beobachtete, wie der Bär zwischen den Bäumen verschwand, fühlte John eine Mischung aus Angst und Bewunderung. Diese Begegnung erinnerte ihn lebhaft an die Gefahren, die die Wildnis birgt, aber auch an die rohe Schönheit und Majestät dieser Kreaturen in ihrem natürlichen Lebensraum. Das war knapp, murmelte John zu sich selbst. Ein zittriges Lächeln bildete sich auf seinen Lippen. Er wusste, dass diese Erfahrung ihn für immer verändern würde. Sein Respekt vor der Wildnis und den Lebewesen, die sie bewohnen, würde vertieft werden. Mit einem letzten Blick auf den See entschied John, dass es Zeit war, zu seiner Hütte zurückzukehren. Nicht nur mit den Fischen, die er gefangen hatte, sondern auch mit einem neuen Verständnis für das fragile Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur. Johns Herz schlug immer noch heftig, als er beschloss, zu seiner Hütte zurückzukehren. Die Begegnung mit dem Bären am See hatte seine Beine zittern lassen, aber er wusste, dass er wachsam bleiben musste. Der dichte Wald Alaskas verzeiht keine Unaufmerksamkeit. Während er den gewundenen Pfad entlang ging, hielt John alle seine Sinne auf höchster Alarmstufe. Der Wind flüsterte durch die Bäume und brachte die Geräusche und Gerüche des Waldes mit sich, die er nicht hören konnte, aber im Laufe der Jahre gelernt hatte zu interpretieren. Plötzlich erstarrte John. Sein Blick fixierte sich auf eine Szene, die ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Weniger als 30 Meter entfernt spielte eine imposante Braunbärin mit ihren zwei Jungen. Der Fischer wusste sehr wohl, dass es im Wald keine gefährlichere Kreatur gibt, als eine Mutterbärin, die ihre Jungen beschützt. Ruhig bleiben, John, murmelte er fast unhörbar zu sich selbst. Langsame Bewegungen. Keine Panik. Mit größter Vorsicht begann John, sich zurückzuziehen, ohne die Bärenfamilie aus den Augen zu lassen. Jeder Schritt war berechnet. Gemessen. Leise. Oder so dachte er. Crack. Das Geräusch eines brechenden Astes unter seinen Füßen hallte durch die Lichtung wie ein Schuss. John spürte, wie sein Herz für einen Moment stehen blieb. Die Bärin hob abrupt den Kopf, schnupperte in die Luft, ihre dunklen Augen durchkämmten die Umgebung, bis sie sich direkt auf ihn fixierten. Ein leises, bedrohliches Knurren kam von der Bärin und John spürte, wie sich die Haare in seinem Nacken aufstellten. Er konnte die mächtigen Muskeln des Tieres unter dem dicken Fell sehen, bereit zum Angriff. Nicht bewegen, dachte John verzweifelt. Nicht weglaufen. Keine Angst zeigen. Die Sekunden zogen sich wie Stunden dahin. John wagte kaum zu atmen. Sein Körper war starr wie eine Statue. Die Bärin machte einen Schritt nach vorne, dann noch einen. John konnte jetzt jedes Detail ihres Gesichts erkennen. Die geweiteten Nüstern, die teilweise freigelegten scharfen Zähne. In diesem Moment war John sich sicher, dass es sein Ende war. Flashbacks seines Lebens zogen an seinem geistigen Auge vorbei. Seine Kindheit, der Unfall, der ihn taub machte, seine Jahre der Einsamkeit im Wald. Er schloss die Augen und bereitete sich auf das Unvermeidliche vor. Aber der Angriff kam nicht. Als John die Augen wieder öffnete, sah er, wie die Bärin langsam zurückwich. Sie schien beschlossen zu haben, dass er keine unmittelbare Bedrohung darstellte. Mit bedächtigen Bewegungen begann sie ihre Jungen wegzuführen, warf jedoch gelegentlich Blicke über die Schulter, um sicherzustellen, dass John ihnen nicht folgte. Die Erleichterung, die John durchflutete, war so intensiv, dass ihm beinahe die Beine wegknickten. Er wartete regungslos, bis die Bärenfamilie vollständig außer Sichtweite verschwunden war, bevor er wagte, sich wieder zu bewegen. Während er seinen Weg zur Hütte wieder aufnahm, jetzt mit schnelleren Schritten, dachte John über das nach, was gerade passiert war. Zweimal an einem einzigen Tag hatte er dem Tod ins Auge gesehen und überlebt. Der Wald, den er so gut zu kennen glaubte, zeigte sich erneut als unberechenbar und gefährlich. Respekt, murmelte John zu sich selbst, als er seine Hütte in der Ferne erblickte. Darum geht es. Den Wald und seine Bewohner respektieren. Als er die Sicherheit seiner Veranda erreichte, warf John einen letzten Blick auf die weite grüne Wildnis, die ihn umgab. Das Adrenalin begann nachzulassen und er fühlte sich erschöpft, aber auch tief dankbar. Er wusste, dass diese Begegnungen ihn für immer verändert hatten. Seine Achtsamkeit gegenüber den ständigen Gefahren, die die Wildnis birgt, hatte sich vertieft. Mit einem tiefen Seufzer trat John in seine Hütte ein und schloss die Tür hinter sich. Er wusste, dass er diese Nacht wenig schlafen würde. Seine Träume würden wahrscheinlich von Bären und verborgenen Gefahren erfüllt sein. Aber er wusste auch, dass er, wenn die Sonne wieder aufging, dem Wald mit einem neuen Respekt und einem tieferen Verständnis für seinen Platz in dieser weiten und wilden Welt entgegentreten würde. Die Nachmittagssonne begann bereits zu sinken, als John beschloss, seine Hütte erneut zu verlassen. Trotz der beängstigenden Begegnungen mit den Bären am Morgen, wusste er, dass er sich nicht für immer verstecken konnte. Der Wald war sein Zuhause und er musste sich seinen Ängsten stellen. Mit vorsichtigen Schritten folgte John dem Pfad, der zum See führte. Seine wachen Augen scannten ständig die Umgebung, auf der Suche nach jeglichen Anzeichen von Bewegung. Die Stille, die ihn umgab, verstärkte aufgrund seiner Taubheit jede visuelle Wahrnehmung des Waldes. Plötzlich erregte eine unerwartete Bewegung seine Aufmerksamkeit. John erstarrte, sein Herz beschleunigte sich sofort. Doch zu seiner Erleichterung war es kein Bär. Es war ein junger Mann, wahrscheinlich in den Zwanzigern, der eine Angelrute trug und unbekümmert den Pfad entlang ging. Der junge Mann lächelte breit, als er John sah, und winkte ihm energisch zu. John erwiderte das Winken etwas verhaltener, beobachtete jedoch, wie der junge Mann völlig ahnungslos gegenüber den Gefahren schien, die ihn umgaben. Hi, ich bin Tim, stellte sich der junge Mann vor. Seine fröhliche Stimme hallte durch die Lichtung. John zeigte auf seine Ohren und schüttelte den Kopf, um anzuzeigen, dass er nicht hören konnte. Tim, der schnell verstand, begann zu gestikulieren, während er sprach, was es John erleichterte, seine Lippen zu lesen. Das erste Mal, dass ich hier fische, erklärte Tim mit übertriebenen Gesten. Ist es nicht wunderschön? John nickte, ein angespanntes Lächeln auf seinen Lippen. Er hob einen Stock vom Boden auf und schrieb in den Boden, Vorsicht, Bären! Tims Augen weiteten sich, eine Mischung aus Angst und Aufregung zeigte sich in seinem Gesicht. Bären? Wirklich? Wow! John schüttelte den Kopf, frustriert über das fehlende Verständnis des jungen Mannes für die Gefahr. Er gestikulierte, dass sie zur Hütte zurückkehren sollten, und Tim, immer noch lächelnd, stimmte zu. Während sie Seite an Seite gingen, blieb John hoch aufmerksam. Seine Erfahrung sagte ihm, dass Tims lauter Enthusiasmus unerwünschte Aufmerksamkeit erregen könnte. Und genau das geschah. Nur wenige Meter von der Hütte entfernt, ließ ein tiefes Knurren John abrupt stehen bleiben. Tim, der fröhlich sprach, stieß fast mit ihm zusammen. John hob die Hand und bedeutete Tim, ruhig zu sein. Dort, den Weg zur Hütte versperrend, stand ein weiterer Bär. Kleiner als die vorherigen, aber nicht weniger bedrohlich. Seine schwarzen Augen funkelten vor Neugierde und Aggressivität. Tim, der endlich den Ernst der Lage erkannte, wurde sichtlich blass. Was machen wir jetzt? flüsterte er. Die Angst war in seiner zitternden Stimme deutlich zu hören. John, der ruhig blieb, griff langsam nach seinem Rucksack. Mit bedachten Bewegungen zog er einen Topf und einen Metalllöffel heraus. Tim beobachtete ihn, verwirrt und verängstigt. Ohne Vorwarnung begann John, den Löffel mit aller Kraft gegen den Topf zu schlagen. Das plötzliche, laute Geräusch hallte durch den Wald. Tim, der die Strategie verstand, schloss sich John an, rief und klatschte in die Hände. Der Bär, überrascht vom plötzlichen Lärm, wich ein paar Schritte zurück. Er schüttelte den Kopf, sichtlich genervt von dem Geräusch. John und Tim setzten ihr improvisiertes Konzert fort und steigerten Lautstärke und Intensität. Nachdem, was wie eine Ewigkeit schien, aber nur ein paar Minuten dauerte, entschied der Bär schließlich, dass dieser Aufruhr es nicht wert war. Mit einem letzten, verärgerten Blick auf die beiden Männer drehte er sich um und verschwand im Wald. John und Tim warteten noch ein paar Minuten, bevor sie den Lärm einstellten. Beide waren außer Atem. Die Erleichterung war deutlich in ihren Gesichtern zu sehen. Das, das war unglaublich, rief Tim aus. Seine Stimme war eine Mischung aus verbliebener Angst und Bewunderung. John nickte nur. Ein kleines Lächeln bildete sich auf seinen Lippen. Schnell legten sie die verbleibende Strecke zur Hütte zurück, traten ein und schlossen die Tür fest hinter sich. In der Sicherheit der Holzwände zündete John ein Feuer im Kamin an, während Tim noch leicht zitternd Tee zubereitete, um ihre Nerven zu beruhigen. Vor dem knisternden Feuer sitzend, tauschten die beiden Männer Blicke des gegenseitigen Verständnisses aus. Ohne Worte wussten sie, dass sie eine Erfahrung geteilt hatten, die sie für immer verbinden würde. Tim nahm ein Stück Papier und einen Stift, schrieb, Danke, dass du mich gerettet hast. Du hast mir in einer Stunde mehr über den Wald beigebracht als in meinem ganzen Leben. John las die Nachricht und lächelte, nickte anerkennend. Er nahm das Papier und schrieb zurück, Der Wald ist schön, aber gefährlich. Respekt und Vorsicht sind unerlässlich. Als die Nacht draußen hereinbrach, blieben John und Tim wach, tauschten Geschichten durch Gesten und geschriebene Worte aus. Die beängstigende Erfahrung hatte sich in eine wertvolle Lektion über das Überleben, den Respekt vor der Natur und die Wichtigkeit auf das Unerwartete vorbereitet zu sein, in der Wildnis Alaskas verwandelt. Die Nacht war über den Wald Alaskas hereingebrochen und John und Tim saßen bequem in der Hütte, noch dabei, die intensiven Ereignisse des Tages zu verarbeiten. Das Feuer knisterte im Kamin und warf tanzende Schatten auf die Holzwände, als ein unerwartetes Geräusch die Stille der Nacht durchbrach. Kratzen, kratzen, wimmern. Tim, aufmerksam, sah zu John. Hast du das gehört? fragte er, vergaß dabei für einen Moment die Taubheit seines neuen Freundes. John, bemerkend Tims Gesichtsausdruck, neigte den Kopf fragend. Kratzen, kratzen, bellen. Diesmal war das Geräusch lauter und deutlicher. Johns Augen weiteten sich vor Erkennen. Er konnte es vielleicht nicht hören, aber er war mit den Vibrationen, die ein Bellen erzeugt, vertraut. Vorsichtig näherten sich beide der Tür. John öffnete die Tür langsam und enthüllte einen mittelgroßen Hund mit goldenem Fell und flehenden, braunen Augen. Das Tier schien erschöpft und hungrig zu sein. Mein Gott, rief Tim aus und kniete nieder, um den Hund zu untersuchen. Er sieht aus, als wäre er verloren. John betrachtete das Tier aufmerksam, bemerkte ein abgenutztes Halsband mit einem kleinen Schild. Er beugte sich vor, um zu lesen. Buddy. Tim nahm ein Stück Papier und schrieb für John. Wir können ihn nicht hier draußen lassen. Er könnte Bären anlocken. John nickte zustimmend und gemeinsam führten sie Buddy in die Hütte. Der Hund, dankbar, wedelte schwach mit dem Schwanz, während Tim ihm Wasser und einige Stücke Trockenfleisch anbot. Er muss einen Besitzer in der Nähe haben, kommentierte Tim und streichelte Buddys Kopf. John stimmte zu, ein nachdenklicher Ausdruck auf seinem Gesicht. Er nahm ein Stück Papier und schrieb, morgen früh suchen wir den Besitzer. Mit dem Sonnenaufgang machten sich John, Tim und Buddy auf ihre Rettungsmission. Sie folgten den Spuren des Hundes und drangen tiefer in den Wald vor. Die Spannung war spürbar. Jedes Geräusch und jede Bewegung hielt sie in Alarmbereitschaft und erinnerte sie an die Gefahren, denen sie am Vortag begegnet waren. Nach Stunden des Gehens erreichten sie eine Lichtung, wo sie ein verlassenes Lager fanden. Ein halb abgebautes Zelt, verstreute Camping-Utensilien und, am besorgniserregendsten, Flecken, die wie Blut auf dem Boden aussahen. Tim erbleichte. Glaubst du, dass… Er konnte den Satz nicht beenden. John, der die Fassung behielt, untersuchte sorgfältig den Bereich. Er fand einen Rucksack mit dem aufgestickten Namen Mike und zeigte ihn Tim. Buddy, der den Geruch erkannte, begann zu bellen und an der Leine zu ziehen, begierig die Suche fortzusetzen. Dem erneuten Enthusiasmus von Buddy folgend, setzten sie ihren Weg durch den Wald fort. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als sie einen entfernten Schrei hörten. Hilfe, ist da jemand? Tim und John tauschten Blicke der Erleichterung und Besorgnis aus. Sie beschleunigten ihren Schritt in Richtung des Geräuschs, mit Buddy an der Spitze. Schließlich erreichten sie einen kleinen Bach, wo sie einen Mann fanden, Mike, der am Ufer saß. Sein Knöchel war geschwollen und er hatte eine Schnittwunde an der Stirn, aber seine Augen leuchteten auf, als er Buddy sah. Buddy, mein Junge, rief Mike aus. Tränen der Freude liefen über sein Gesicht, während der Hund in seine Arme sprang und ihn hektisch ableckte. Tim erklärte Mike schnell die Situation, während John seine Verletzungen untersuchte. Mit Gesten und mit Tims Hilfe beim Übersetzen gelang es ihnen zu verstehen, dass Mike sich verirrt und verletzt hatte, als er vor zwei Tagen vor einem Bären floh. Vorsichtig halfen John und Tim Mike auf die Beine und machten sich langsam auf den Weg zurück zur Hütte. Die Reise war lang und anstrengend, aber die Erleichterung, Mike und Buddy sicher gefunden zu haben, überwog jede Müdigkeit. Als sie die Hütte erreichten, war es bereits Nacht. Erschöpft, aber glücklich, ließen sich die drei Männer und der Hund um den Kamin nieder. Mike, mit Buddy an seinen Füßen, teilte seine Geschichte mit Tim, der für John übersetzte. Ich dachte, ich würde dort sterben, gab Mike zu, seine Stimme von Emotionen erstickt. Ihr habt nicht nur mein Leben gerettet, sondern mir auch meinen besten Freund zurückgegeben. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. John lächelte, nahm ein Stück Papier, um zu schreiben. Im Wald sind wir alle Brüder. Wir müssen aufeinander aufpassen. Tim las es laut vor und übersetzte das Gefühl in die Gebärdensprache, die er von John zu lernen begonnen hatte. Als die Nacht weiter fortschritt, tauschten die drei Männer Geschichten, Lachen und ein tiefes Gefühl der Kameradschaft aus, das durch Widrigkeiten geschmiedet worden war. Buddy, zufrieden und sicher, schlief friedlich, ohne sich der entscheidenden Rolle bewusst zu sein, die er in diesem unglaublichen Rettungs- und Freundschaftsabenteuer gespielt hatte. Draußen hielt der Wald Alaskas weiterhin still Wache, bewahrte seine Geheimnisse und Gefahren. Aber in der Hütte hielten die Wärme des Feuers und der Geist der Kameradschaft die Schrecken der Wildnis zumindest für diese Nacht in Schach. Am nächsten Morgen, während Mike sich in der Hütte ausruhte, beschlossen John, Tim und Buddy zum verlassenen Lager zurückzukehren, um Mikes Sachen zu holen. Während der Suche fand Tim ein altes, abgenutztes Tagebuch. Hey John, rief Tim und zeigte das Tagebuch. Schau dir das an! John kam neugierig näher. Beim Durchblättern der vergilbten Seiten weiteten sich seine Augen, als er eine rudimentäre Karte auf einer der Seiten sah. Die Karte zeigte den Standort einer Höhle, die nicht weit entfernt war. Tim, aufgeregt über die Entdeckung, gestikulierte lebhaft. Wir sollten es untersuchen! John zögerte und erinnerte sich an die Gefahren, denen sie bereits ausgesetzt waren. Aber die Neugier überwog. Und er nickte vorsichtig. Nachdem sie Mike über ihre Pläne informiert hatten, machten sich die drei Männer und Buddy auf den Weg zu der geheimnisvollen Höhle. Die Reise war angespannt. Jedes Geräusch im Wald hielt sie in Alarmbereitschaft. Schließlich erreichten sie den Eingang der Höhle. Es war eine imposante Öffnung im Fels, teilweise mit Moos und Ranken bedeckt. Mit Taschenlampen in der Hand betraten sie den dunklen, feuchten Raum. Was sie darin fanden, raubte ihnen den Atem. Die Wände der Höhle waren mit alten Felsmalereien bedeckt, die Jagdszenen darstellten. Aber was am meisten auffiel, waren die detaillierten Darstellungen von Bären. Unglaublich, flüsterte Tim. Seine Stimme hallte sanft wieder. John näherte sich einem besonders bewegenden Bild. Es zeigte eine Bärenfamilie, die gejagt wurde. Der Schmerz und die Angst waren in den primitiven Strichen deutlich sichtbar. Er spürte, wie sich ein Kloß in seiner Kehle bildete. Mike, der Johns Reaktion beobachtete, kommentierte. Es ist seltsam, oder? Wie wir von Jägern zu Gejagten geworden sind. Tim übersetzte für John, der nachdenklich nickte. Er nahm sein Notizbuch und schrieb. Vielleicht waren wir nie wirklich die Jäger. Vielleicht waren wir immer Eindringlinge in ihrem Territorium. Die drei Männer schwiegen und nahmen die Bedeutung dessen auf, was sie sahen und fühlten. Die Malereien erzählten eine Geschichte von Koexistenz, gegenseitiger Angst und Respekt zwischen Menschen und Bären, die sich über Jahrtausende erstreckte. Als sie die Höhle verließen, schien die frische Waldluft eine neue Perspektive zu bringen. Die drei Männer setzten sich auf einen umgestürzten Baumstamm, Buddy lag zu ihren Füßen, jeder von ihnen in seine eigenen Gedanken vertieft. Tim war der Erste, der das Schweigen brach. Weißt du, ich habe den Wald immer als Spielplatz gesehen, als einen Ort für Abenteuer. Aber jetzt… Er hielt inne und suchte nach den richtigen Worten. Jetzt verstehe ich, dass wir diejenigen sind, die in ihr Zuhause eindringen. John nickte, schrieb in sein Notizbuch. Der Wald gehört uns nicht zur Eroberung. Es ist ein Privileg, hier zu sein. Mike, der sich noch von seiner Odyssee erholte, fügte hinzu, Fast hier zu sterben hat mir klargemacht, wie viel Zeit ich damit verschwendet habe, vor meinen Problemen davonzulaufen. Das Leben ist zu kostbar dafür. Jeder Mann, berührt von der geteilten Erfahrung und der Offenbarung in der Höhle, machte sich ein stilles Versprechen. Tim entschied, dass er mehr über den Naturschutz lernen und wie man in Harmonie mit der Natur leben könne. Ich möchte anderen beibringen, diesen Ort zu respektieren, nicht nur für Spaß zu nutzen, erklärte er. Mike, mit tränenerfüllten Augen, teilte mit, Ich habe meine Frau vor einem Jahr verloren. Deshalb bin ich hierher gekommen, um dem Schmerz zu entkommen. Aber jetzt weiß ich, dass ich mich dem stellen muss, ihre Erinnerung ehren muss, indem ich voll lebe. John, für seinen Teil, spürte, wie ein neues Ziel in ihm aufstieg. Er schrieb, Ich möchte meine Erfahrungen teilen, anderen den wahren Geist der Wildnis beibringen. Vielleicht können wir so eine respektvollere Beziehung zur Natur aufbauen. Als die Sonne begann unterzugehen und den Himmel in orange Töne und rosa zu tauchen, schlossen die drei Männer einen Pakt. Wir werden uns nie wieder über Bären im Wald beschweren, sagte Tim und übersetzte in die Gebärdensprache für John. Sie verteidigen nur ihr Zuhause. Mike und John stimmten feierlich zu. Buddy, der die Veränderung in der Luft spürte, bellte einmal, als ob er das Abkommen besiegelte. Dort, in dieser Lichtung im weiten Wald Alaskas, fanden drei Fremde, die durch Widrigkeiten zu Freunden geworden waren, ein neues Verständnis nicht nur für die Natur, sondern auch für sich selbst. Die Reise, die mit Angst und Gefahr begonnen hatte, hatte sich in eine tiefgreifende Lektion in Respekt, Mut und Verbindung mit der natürlichen Welt verwandelt. Als sie sich darauf vorbereiteten, zur Hütte zurückzukehren, trug jeder von ihnen nicht nur die Erinnerungen an ihre Abenteuer mit sich, sondern auch ein erneuertes Engagement für das Leben, die Natur und einander. Der Wald, der einst als furchterregender Gegner angesehen wurde, offenbarte sich nun als weiser und geduldiger Lehrer, der nur darauf wartete, dass sie bereit waren, seine Lektionen zu lernen. Musik